Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Vanilla in der neuen Map Ja was machen wir in der Folge letzte Folge habe ich ja sehr lange erzählt klar ich muss mich auch irgendwie ich muss irgendwie erklären dass wir auf einmal auf einer neuen Map sind ich kann ich einfach so tun hey hallo herzlich willkommen zu Michael Vanilla wir sind in der neuen Map weil ich Bock drauf hatte nein so was mache ich nicht so ja wir bauen ein Haus vielleicht wir haben auch ein bisschen hey schau mich an na ja schau mich an hey schau mich an alter schau mich an ja genau so ich habe schon überlegt soll ich das alte haus jetzt offscreen neu bauen oder soll ich das alte haus im let's play doch mal neu bauen was irgendwie blöd cool das alte haus neu bauen ich hatte das alte haus sehr schön und am liebsten möchte ich das tatsächlich noch mal machen also ich weiß wie es gebaut war so plus minus ich überlege gerade was was ist das denn hier ist noch so ein dark over wood weil ist da bin ich nicht hier ist ne wüste ich habe irgendwie bock hier auf den berg zu bauen ja hier sind auch schweine hier sind schafe jetzt nur noch kühle dann wäre alles perfekt über die man ist doch ein pferd ja wie gesagt ich könnte einfach das alte haus neu bauen ich fände es auch irgendwie schön wenn wir das alte haus wirklich neu hätten also wirklich genau so wie es ist klar ich muss die ganzen materialien dafür farben ich könnte natürlich auch sagen ich gehe die creative haus einfach neu neu bauen die farbe neu aber ich weiß creative ist eigentlich da um benutzt zu werden der ist ja nicht ohne gott da aber trotzdem irgendwie will ich das vielleicht vielleicht hätte ich das offline hätte ich das vielleicht gemacht ich habe gesagt habe ich baue das neue haus einfach neu ich mache es erstmal die borne weg gemacht aber im let's play würde ich das nicht deswegen vielleicht vielleicht irgendwann vielleicht mache ich einfach aufstehen im creative einfach das haus noch mal neu bauen irgendwo an dem gedenkplatz damit es immer in ehre bleibt das haus denn es war echt schön ja 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 vielleicht und die die das scheude heißen das wird wohl gerne vielleicht ein bisschen größer diesmal mittelgroßes scheudenhaus vielleicht diesmal ich werde auf jeden fall wenn wir jetzt ein kleines häuschen dieser folge bauen auch moment noch mal offline auf jeden fall farben gehen also korbel holz obwohl holz ja außerdem würde ich gerne vielleicht sogar ein bisschen größer machen vielleicht das ein bisschen angenehmer zum gucken ich weiß es ja nicht könnte vielleicht angenehmer zum gruppen sein für die manche für manche ja räume haus was habe ich für eine hause idee eigentlich gar keiner ich weiß gerade ich nicht ich habe noch schön mein altes hause im kopf das ist das ist da hinten ist irgend ach das ist so ein brunnen ist das ja da ist so ein brunnen da das 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 diese reflektion auch das sieht so schön aus das sieht wirklich schön aus äh äh so ähm schlafen bei den schweinen schlafen ja guck mich noch an hier ja spring doch auf mein bett das ist klar weißt du mach doch was zu hier schweiß dich nicht nein ich mach dich nicht runter weil ich brauch dich noch ich brauch dich huch hab ich mir gemacht äh musik musik ja hallo musik ähm musik sie müsste laufen gerade aber das ist nicht so wie ich es eigentlich gedacht hatte das ist einfach sie läuft ja jetzt hier können wir jetzt den ganzen ja das ganze dinge noch ab und dann dessen überlege ich mir mal was wir tun ausbauen und ich habe nicht noch überhaupt keine ahnung ja ja vermisst ihn das war so schön kohle ja ich brauche kohle jeder braucht kohle wir haben ich habe nicht überhaupt gar keine fahrten ok nein gib mir kohle ich mach dann hier so Erde hin einfach ja mit der axt baue ich das auf jeden fall nicht ab so und dann so kleine schwebende insel ist das war übrigens auch ein thema was ich eigentlich ansprechen wollte ich wollte eigentlich so noch was mache ich denn die ich wollte flying islands in der alten Welt bauen ich wollte einen Turben bauen ich hatte Wasserhöhlenhaus bauen ich wollte Küche ausbauen das war so viel um k haben schön stellen auch an den passenden stellen ja dafür muss ich jetzt wieder neue Plätze suchen ich meine wir haben die Sachen nicht gebaut die Überraschung effekt von der Bauten die noch folgten ist noch da naja ich finde schon achte mal wenn das da mehr ist dann muss ich gleich mit der Hand laufen gleich nicht jetzt gleich so noch eine Ebene tiefer nee dann lieber mal so lassen hier kommt ja ein Fundament drauf da der Baum könnte die ich muss da runter die müsste irgendwo so eine Kohle schicken irgendwo hier ah hier ist hey jetzt kriegt das Recyplin ach weil ich jetzt vielleicht ähm neuen Kohle hab dann sagt er mir ja hier du kannst Kohle Blöcke bauen so hoch 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 level Musik Moment ich muss mal gerade ja wo ist die musik hier hier sehen moment so mach mal bitte stark ja da ist die musik wieder so jetzt habe ich vergessen zu sagen man ich zu sagen kann ich wollte sprachen gelernt jeden fall spiel nein 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 was ich hier hoch dass mich hier hoch immer dazu der spitze geht mal da jetzt vielleicht ist sie mich dann in ruhe wenn ich einen opfer darbringe jetzt lauf doch nicht hier mit nein so moment eine neue spitz haki äh angst zwei neue extra so neue schaufel auch noch ja schön dass ich zwei hüder habe hier aber ich würde es am liebsten gerne wieder so machen wie beim alten haus hier wieder so einem fundamenten basteln könnte man auch noch ein bisschen erweitern ich glaube nicht so sieht hier ein bisschen naturtreu aus da müsste Obwohl, kann man auch so machen. Ja, das hier braucht nicht zu sein. Vielleicht noch... Oh, warte mal. Hier ist es aber weg. Komm ich hier vielleicht... hier runter. Aber so komm ich da. So irgendwie. Und den vielleicht mal weg. Ja, so geht's. Obwohl, hier könnte man noch theoretisch so machen. So, dann sieht's auch hier mal schön aus. So, hier könnten wir ein kleines Häusel umbauen. So ungefähr. So. Können das Fundament hier errichten. Ich bin hier, bleibt weg. Ich bin hier kuckt, aber... Komm ich da mal dran. Ich bin hier an dem Pixel? Nein. Dann halt... Dann bleibts nicht so. So. Und nun... Nun muss man weg. Weg. So. Ein... sollte halt schon der kugel treu doch wieder aus der baum geht er weg das ist auf jeden fall noch hochkommt hat es nicht einfach da ist welcher 1 steht er hat mich nicht getroffen für die Spiele die Spiegel das passt schon hier noch ein bisschen auffüllen hier sowieso keine Ahnung so vielleicht noch das ist schon da ja so ja so ne so üblich dann hier ich weiß du musst mal darunter ja hier ist ein sehr steiler Hang aber das ist ja nicht so schlimm so schön auffüllen hier ja ja das sieht nicht schlecht aus wie sieht es von hier aus ja ein bisschen bist du jetzt ein bisschen hier ist es schon ich müsste mal von hier nach oben ein bisschen anzupassen wie zum Beispiel ne Erdschicht nach oben so da noch Erdblatt hinsetzen perfekt und runter fallen genau naja ich mach das das ist schon gut so so wie komme ich jetzt wieder hoch da habe ich einen ganz tollen Trick für euch oh brauche ich gar nicht tschau ja dann lassen wir den Trick dann kommt auch so hoch so oh schön oh die Sonne oh warte mal die Sonne hat ja ne Kassentextur jetzt muss ich mal auf den Moden achten Moment boah das sieht boah das sieht so schön aus ach ich höre das ist langsam immer rot roter nee sag mal roter 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 das ist ein bisschen komisch an boah das sieht so schön aus ach so Mond wenn der jetzt auch die Kassentextur hat oh das finde ich ein bisschen schade die Sonne hat eine schön schöne Kassentextur und der Mond nicht ein bisschen schade naja aber nicht so schlimm es sieht auf jeden Fall super schön aus ähm ja ach ja falls ihr diesen Shader natürlich auch wollt ich habe natürlich alles in der Video beschrieben ja sieg ist in der Video beschreibung äh die Shader Optifine wohl Optifine müsste ich vielleicht sogar einen neuen Link rein tun weil äh die hat ja eine neue Version aber es ist nur noch dieselbe Seite also müsste es eigentlich gehen ich gucke gleich mal ähm was habe ich noch in der Video beschreibung ja die Kanäle von mir twitter facebook steam kanal was noch ich hätte hier gerne noch ein bisschen weiter hoch und so meinte ich nicht dass wir hier nicht so weit überstehen aber dann ist der Berg zu eckig vielleicht naja es reicht eigentlich schon so ich könnte hier noch ein bisschen aufräumen so komm schon komm schon so ne der nicht hallo so 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 jetzt kann ich ein bisschen leer hier hinsetzen oh oh drei Erde noch so gut investieren wenn es schön aussieht danach äh immer noch schön aussieht ja hier hinsch der neuen Block ich gehe wieder weg und jetzt sehe ich hier hin ja das sieht doch wunderschön aus ich baue noch diese Bäume Bäume da ab Moment die ja steht ein Baum baue noch ab nein oh nein oh nein oh nein das war keine Nurstie scheiße mein wenigstens bin ich mitten im Baum drin das heißt es ist nicht so schwierig das ganze Abzum warst das ein Monster alter Hilfe für hilfe ja natürlich er die garten pavion den werde ich natürlich auch so wie er war auch komplett neu bauen bei jeden fall ich der ist nicht schwierig ja da brauchst du ein bisschen eisen für die laternen bürke bürke und die folge auch folge ich weiß nicht ich doch alles weg noch weg weil der stört ein bisschen sonst kann der andere nicht und die krisen 2 ab ausfeld mit ihr spiel fußball und ja ich bedanke mich fürs zusehen auch wenn wir nicht so mega produktiv waren das ist aber egal in der nächsten folge das haus wollte ich eigentlich diese folge bauen wollte aber ja hat ja gut egal wir haben schon mal die fläche vorbereitet so ich bedanke mich fürs zusehen und wir hören uns in der nächsten folge bis dahin bleibt dran